Ja, naja gut, am 30.12.2022 der nächste Trailer am Start hat mich jetzt hier für dieses Ding hier wieder entschieden. Tja, der Übersterblichkeit sei Dank wurde das Rentensystem durch die Impfung gesund gespritzt. Wer ein Thema ist, nicht das einzige und wen es denn dann wieder interessiert, ich sage ja jetzt einfach nur jetzt hier mal so, könnte ja sein oder, ich weiß es nicht, hundertprozentig, könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitschut, Odyssee und Rumble und dann gelangt zu eurer Lieblingsplattform. Dann sehen wir uns ja vielleicht im Hauptfilm gleich wieder. Dann macht's mal gut. Tschüss.